Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier bei Go4Pyro. Heute habe ich für euch einen kleinen Vergleich zwischen Alt vs. Neu und zwar geht es darum um Feuerkreise oder Feuerwirbel. Da haben wir einmal links die von Feistel, die Feuerkreise und rechts die aktuellsten Feuerwirbel von Helios Feuerwerk und ja dann schauen wir uns mal die Verpackung der jeweiligen Wirbel an. Da haben wir hier einmal das alte VPI Zeichen und hier das Feistel Logo. Dann schauen wir uns noch die anderen an. Ziemlich klein die Schachtel, hinten haben wir noch eine NEM Angabe von 4,3 Gramm bei den aktuellen, war bei den anderen nicht drauf und ja mehr interessiert uns da jetzt auch nicht. Und dann schauen wir uns noch die einzelnen Wirbel an, wie sich da die unterscheiden und dann machen wir die Packungen auf, fangen wieder an mit den von Feistel. So hier habe ich jetzt mal noch einen einzelnen, wie zu sehen mit schöner grauer Lunte und große Wirbel. Und dann schauen wir mal noch wie die von Niko aussehen. In der linken Schachtel sind 20 und in der von Niko sind 10 Stück drin. Ich denke mal die hier von Niko werden etwas kleiner sein. Oh ja, die sind viel kleiner. Da haben wir hier einen aktuellen von Helios Veko Feuerwerk, grüne Visco, kleiner Ring, vergleichen wir die mal noch. Wie zu erwarten ist der von Veko etwas kleiner und dann gehen wir die beiden einfach mal testen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao. So kommen wir nun zum Feuerkreisungsvergleich. Wir fangen jetzt an mit den aktuellen von Niko Feuerwerk, zünden da ein paar und danach zünden wir noch ein paar von Feistel und dann vielleicht noch ein paar Aufschlag. Viel Spaß dabei. Los geht's mit den von Niko. Machen wir gleich die nächsten. Ja, die sind eigentlich ziemlich gut. Und machen wir noch den letzten. Eigentlich ganz okay die Teile. Nun folgen die von Feistel mit Graulunte. Ja, die waren echt spitzenmäßig. Da merkt man echt schon den Altersunterschied. Dann machen wir davon auch mal noch zwei Stück. Wer wollte ziemlich weit weg und nun noch der letzte. Also echt klasse Teile. So, nun nochmal als kleines Extra. Fünf Stück auf einmal. Viel Spaß. Ja, sehr schön. Das war's dann noch mit dem kleinen Vergleich. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao. Ciao.